ok das muss dann der nachbar sein der die miete nicht zahlt wie habe ich die die lampen gerade genommen junge klasik und muss be able to find a way to turn the electricity back on ok ich gehe erstmal die richtung ey wenn da eine hand rauskommt da ist ein schrank was ist das ein ofen alles wie ein kachelofen alter speicher oh shit oh shit oh fuck shit ach du scheiße es ist so schlimm oh fuck ich hatte auch nicht so eine horror erlebnis ne äh deck mich aber auch ja ja ein moment gibt es diesen einen moment wo du sagst ok horror spiel VR ist ja nur ein spiel kann ja nicht so schlimm sein aber dann was wollte ich sagen und naja jetzt ist dieser moment wo man sich einfach so fragt was zur Hölle mach ich hier ist okay also es geht anscheinend um ein pärchen ne es ist jetzt gerade dieser moment wo man eigentlich nicht in dieser situation sein möchte wie kann ich die sachen mitnehmen kann ich die sachen für was habe ich die tasche wenn ich nichts mitnehmen kann ähm ne klappt vermutlich nicht ey dieses gesicht dahinter diesem zu gena verbreterten raum das hat mich gekillt ey das ist krass das ist krass Alter diese diese Geräusche ok wir haben hier einen Diaprojektor wir haben Tonbandgerät spiel hm hm ne macht zu hm ich möchte es hören hm 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 ok ich schaffs anscheinend nicht so ein Teil zu bedienen ne mach doch den Deckel jetzt zu Ich stelle mich anscheinend zu sehr an, um sowas zu bedienen. Oh, ok, es geht um den Baum, ich weiss nicht ob ich es richtig aussprechen. Aber in meiner Meinung sind sie die Grunde, um die Geheimnisse und Geheimnisse zu lösen, der Leben und der Tod. Während sie traditionelliert wurden, als ob eine Strecke oder eine Strecke, man kann auch schwarze oder weiße Strecke benutzen. Dieser Strecke ist ein Erstelement mit magischen Eigenschaften. Alle Räume haben einen positiven und einen negativen Sinn. Nein, ich wollte es hören. Mach doch das zu. Die Archeologie Although the first archaeological evidence of ruins as a tool for conducting rituals and magic spells dates back to the fourth century, ruins have a much older history, having first revealed themselves to Wodan after his sacrifice to the tree of Yggdrasil. Ruins were intended to perform a wide range of functions, aber in meiner Meinung sind sie die Grunde, um die Geheimnisse zu lösen, die Geheimnisse und Geheimnisse der Leben und Tod. Während sie traditionelliert wurden in der Wood oder Strecke wegen einer Strecke, man kann auch schwarze oder schwarze, man kann auch schwarze oder schwarze, und schwarze, man kann auch schwarze, man kann auch schwarze, schwarze, und schwarze, aber es ist die Intention behind casting die Rune das ihnen der Magical Power von Protektion zu healing den Sick oder zu öffnen ein Gateway into another world. There will be nothing more than a simple drawing, unless you have consecrated and charged the Rune with your intention. Okay. Das haben wir angefangen, ich würde es am liebsten hier reinschmecken. und ich muss es nicht mitnehmen. Aber er möchte es nicht. Ich würde es nicht mitnehmen, dass sie in Elemental Formen wie Feuer, Wind oder eine Human-like Formen oder eine Human-like Formen. Their playful, Curious und Mischievous nature macht sie appealing zu Kindern. A Cobalt wird seine Präsenz in der Form von einem Offen, usually composed von natural elements wie ein bouquet von Leaves, ein Ornament von Bramble oder sogar von einem Apfel. Das kann als aus aus und aus aus Okay, also wir haben es mit MKB zu tun.